Du, ich stelle noch was zum Naschen hin für deine Fußballfreunde. Aber Birgit, Männer wie wir, wir naschen doch nicht. Wenn er wüsste, was ich habe. Birgit macht die Probe aufs Exempel. Werden die Fußballfreunde wirklich Nein sagen zu Mon Cherie? Also dann, bis zum nächsten Mal. Du? Von wegen Männer wie wir, wir naschen doch nicht. Ein einziges Mon Cherie ist übrig geblieben. Naja, Mon Cherie ist ja auch nicht irgendwas zum Naschen. So? Nicht? Wer kann dazu schon Nein sagen? Mon Cherie mit der Piedmontekirche.